Moin moin liebe Zocker, hier ist mal wieder der Agri für euch am Start und wir spielen eine Runde Tour vs. Tour auf der Karte Kristallspalten Und wir spielen gegen Zebak und gegen Estreul Estreul Und mein Team ist Real Striker Von Brobo Komischer Clan, Brobo, ist das in Abkürzung Brazabo Gegen Zerg und Terrane, hm Was können wir denn da schönes veranstalten Ein bisschen ein paar Watches oder so Mal gucken, was das Game hier so bringt Was wir starten Wie immer natürlich werden wir wahrscheinlich mit einer FE-Stadt durchgehen Hier kann ich mal was austesten Wir brauchen mehr Mineralien Wir brauchen mehr Mineralien Ja, wenn er keinen Rush machen möchte, dann geht das schwer Irgendwas zu machen Aber wir können es ja mal probieren Ich weiß ja noch gar nicht, wo die Tupi sind Schon nicht so vorteilhaft Ach, er scoutet schon gut Dann können sie ja nur hier sein Eigentlich können sie nur hier sein Ich will jetzt direkt erstmal Ein bisschen Schleim Äh, ein bisschen Schleim Rutschleimpul meine ich Sparen wir erstmal Sparen wir erstmal Sparen wir erstmal Das geht Mal gucken, wie das geht Eventuell kann ich es halten Das ist natürlich die Frage jetzt Ding gekommen jetzt Sein Pool Lüfte auch gleich fertig sein Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf Die Basis unserer Verbündeten wird bedroht Na schauen wir mal Mal gucken, wie das geht Der Sparum-Cluster wird angegriffen. Die Basis unserer Verbündeten wird bedroht. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Ah, kann noch was passieren hier. Ein paar Quienstopperen. Ah, sieht gar nicht mehr so gut aus mehr. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Na, sieht gar nicht mehr so gut aus mehr. Na, die kriegen wir aber weg jetzt hier noch. Oh, das zackt, ey. Ja, die Samen hier. Da gibt ja schon raus, der erste. Ja, die Samen hier. Tja, das war's schon. Ein kleiner Rush hier mal. Auf der Karte kann man das ganz gut machen. Der Zerg will sowieso mal Echsen und dann kann man auch einfach die Echse hinpacken. Am besten klappt es natürlich, wenn der Teammate Terra ist und ein paar Marodeure dazu baut und man einfach Massive Queens pulvert und die ganze Invasion dann heilt. So habe ich auch einmal verloren. Haut rein! Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Euer Agri. See you!